Er ist Blogger und hat einen Podcast, nur der erste FCM. Seine E-Mail-Adresse endet mit nur der FCM, Reaktionsmitglied bei 120minuten.net und zwei Bücher über den FCM. Das erste war 110 Gründe, den ersten FCM zu lieben, das neueste von Oktober 2019. 90 Minuten erster FCM, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Herzlich Willkommen Alexander Schnarr. Hallo, hi. Erstmal ein bisschen ein kleines, persönliches, 1980 geboren in Magdeburg und das erste Spiel in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre gesehen. Genau. Witzigerweise gegen Union, glaube ich. Also bin ich mir sogar ziemlich sicher, vom Spiel weiß ich nicht mehr viel, aber das Drumherum war interessant. Aber hier in Magdeburg? In Magdeburg, ja, im Gruppe. Was, zweite Mannschaft vielleicht? Ne, 90er Jahre war es nicht die zweite Mannschaft. Ne, das war die erste Mannschaft und ich meine, das war Regionalliga. Genau. Und das Spiel, also das Einzige, was ich von dem Spiel noch weiß, ist, es war ja im Gruppestadion, das Marathon-Tor, Gästekurve und unsere Fankurve. Und dann flogen so Steiner über das Marathon-Tor gegenseitig. Das ist das Einzige, was ich von diesem Spiel noch weiß. Ich kann dir nicht mal sagen, wie es ausgeht. Da müsste man mal gucken bei YouTube, ob man da was findet. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie sind Sie ja zum ersten FCM, in dem Spiel anzugucken? Deine Eltern, dein Vater? Naja, also das erste Spiel, von dem ich gerade sprach, das war wirklich so der Klassiker, Vater-Sohn, ja, Ausflug, der dann ausnahmsweise mal zum Fußball ging. Jetzt muss ich dazu sagen, dass meine Familie, mein Vater jetzt nicht so super FCM-affin sind, so, und wir da aber irgendwie mal hingingen. Ich hatte mich immer schon so ein bisschen für den Verein interessiert, kommst du in Magdeburg ja auch schlecht irgendwie drum rum, trotz der 90er Jahre, in denen da nicht so viel los war, aber immer schon die Zeitungsartikel mir dann angeschaut und das irgendwie so ein bisschen mitverfolgt. Naja, und dann regelmäßiger ins Stadion gegangen bin ich erst so Ende der 90er Jahre, 99, 2000 so, und die Saison, in der der Verein mich dann wirklich gekriegt hat, war 2000, 2001, als der Klub als Viertliges, ich glaube, bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals kam, da gab es ein DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Nach dem Spiel, ich bin mir den ersten Schal gekauft, den habe ich immer noch, so, und da war es dann vorbei. Dann kam ich dann nach Hause und meine Eltern schlugen die Hände über den Kopf zusammen, um Gottes Willen, gehst du jetzt zum Fußball? Ich so, ja. Ich glaube, viele Eltern hatten ein Problem mit Jungs, die zum Fußball gegangen sind. Ich kenne das von meiner, ich bin etwas älter, meine Mutter war auch nicht immer begeistert, wenn ich da hingegangen bin. Ja, war ja auch eine entsprechende Zeit, in der der Fußball auch nochmal ein bisschen anders aussah, als das, was wir heute kennen. Was machst du eigentlich, wenn du keinen Podcast machst, wenn du keine Bücher schreibst und wenn du keine Blogs schreibst? Dann bin ich sehr wahrscheinlich im Brotjob unterwegs und bilde da Berufsschullehrer aus. Auch nicht so schlecht. Aber dann muss das ein Job sein, wo man für sowas dann auch noch Zeit findet. Ja, ich habe da eine Stellenkonstellation, die das ermöglicht. Also ich habe da keine volle Stelle und so geht das. Und Job, Hobby? Würde ich das mal bezeichnen. Bleibt da noch Zeit für Persönliches? Ja, naja, dadurch, dass der FCM Hobby ist, ein bisschen auch Arbeit ist, ganz viel Familie ist, viel soziales Netz und Freundeskreis und so weiter, verbindet sich das einfach gut. Ich meine, ich bin jedes Wochenende im Stadion, zu Hause und auswärts, mit meinen Leuten. Und ja, das ist sozusagen einfach, das ist quasi Freizeit. Also ergibt sich super. Ja, persönliches Außer-Vater-Werden. Kommt dann nur noch der FCM, oder was? Ja, also klar, also Partnerinnen und diese Dinge laufen natürlich auch sehr auch klar. Aber ja, also der FCM hat da schon einen großen Stellenwert, einfach einen relativ zentralen Stellenwert. Jetzt habe ich in meiner Recherche zu dem heutigen Interview Bücher gefunden über den FCM. Ich rede jetzt nur von Büchern nach 89. Bei 20 habe ich aufgehört zu zählen. Da waren deine noch nicht dabei. Warum schreibt man dann noch gefühlt das 21. und 22.? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Beim ersten Buch war es so, dass ich da noch nicht so lange als Blogger unterwegs war und mich der Verlag seinerzeit ansprach. Die hatten da auch so ein Konzept, im Prinzip so aus einer Fanperspektive ein Buch zu machen. Und mich fragten, ob ich mir das vorstellen kann. Und da war es halt klar, zu sagen, okay, das ist eine Gelegenheit oder ein Angebot. Das kriegt man jetzt nicht allzu oft als jemand, der das ja nicht zum damaligen Zeitpunkt noch nicht irgendwie so hauptberuflich oder mit einem Schwerpunkt macht. Und hatte da unheimlich Lust drauf und habe gesagt, okay, ich probiere das mal. Ich würde das gerne machen, weil es irgendwie auch, ja, was cooles ist, so ein Buch in der Hand zu haben, was man selber geschrieben hat. Und beim zweiten Buch jetzt hier, 90 Minuten erst der FC Magdeburg, lief das eigentlich so ähnlich. Da war aber auch das Format der Reiz. Also die Idee, die der Verlag da hatte, die Vereinsgeschichte über ein Fußballspiel zu erzählen, fand ich unheimlich spannend, unheimlich interessant. Und dann war das für mich klar, dass ich das irgendwie machen muss. Bei deiner Lesung heute, was du sagst, es gibt noch einige Sachen, die hättest du gerne in das Buch reingebracht, hätte aber nicht mehr, der Platz hätte nicht mehr erreicht. Scheint es noch ein drittes zu geben? Naja, ich sag, also jetzt, es wird sicherlich, werden sicherlich noch weitere Auflagen kommen. Und beim FCM gibt es viele Geschichten, die man einfach erzählen kann. Es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die aus meiner Sicht einfach auch noch nicht gut erzählt sind. Also vorhin in der Lesung sprach ich ja über die 90er Jahre, die wirklich nicht so gut beleuchtet sind. Das interessiert mich zum Beispiel total, wie da die Fankultur war, wie das insgesamt so war, wenn du irgendwie mit 53 Leuten bei einem Spiel stehst. Und so, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall nochmal was zuzumachen. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt schon auch noch viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Und dafür hat der Verein genügend Material und Potenzial auch. Ich glaube, es gibt bei vielen Kultvereinen die Möglichkeit, glaube ich, 50, 60, 70 Bücher zu schreiben. Manchmal Fotos zu finden, die noch nicht veröffentlicht wurden. Jetzt bist du 1980 erst geboren und hast dadurch die glorreiche Zeit der 70er Jahre nicht mitbekommen. Bist du sauer drüber? Strafe der späten Geburt. Naja, es ist wie es ist, was soll ich sagen. Also klar hätte ich in den 70ern gerne mal ein Spiel gesehen. Glücklicherweise geht das über das Internet und so weiter geht das ja schon heute auch. Hätte mich super interessiert, war mit Sicherheit eine ganz, ganz andere, ganz, ganz spannende Zeit. Ja gut, aber ich bin jetzt seit fast 20 Jahren sehr regelmäßig im Stadion und habe da auch Dinge erlebt, die spannend waren. Also jede Zeit hat einfach auch ihre Geschichten. Und das ist jetzt sozusagen meine Zeit, in der ich lebe, was ich erzählen und erleben kann. Und das ist auch völlig okay so. Ich habe mir mal hier aufgeschrieben. Ich muss es leider ablesen, weil das habe ich nicht im Kopf. Nur in den 70er Jahren drei Meisterschaften. 72, 74, 75. FDGB-Pokal 73, 78, 79. Genau. Natürlich der berühmte Pokal der Pokalsieger 1974 in Rotterdam. Und was nur bedingt mit dem FCM zu tun hat, das Tor von Jürgen Sparwasser gegen die Bundesrepublik Deutschland bei der WM. Weißt du, welche Platz die DDR bei dieser WM eingenommen hat? Weiß ich aus dem Kopf nicht, aber die hatten das Pech, glaube ich, dass sie mit diesem Sieg gegen die BRD in der Zwischenrunde, also irgendeinen doofen Gegner bekommen hatten und deswegen dann in der Zwischenrunde, glaube ich, rausgeflogen sind. Es gab zwei Sieger in dieser Gruppe, gegen Australien und die BRD. Genau. Ich glaube, Schiele 1-1, dann waren noch... Das kann sein. Also ich kann dir sagen, ich weiß es, ohne nachgucken zu müssen, sechster Platz. Okay. Also die einzig wirklich bedeutende Platzierung bei der WM, ich weiß gar nicht, wie oft war die DDR bei der WM. Na, das eine Mal, glaube ich. Das eine Mal, ja. Also da war nicht viel. Da kann man sich ja mit dem sechsten Platz durchführen. Diese ganze Historie, egal ob nun 70er Jahre, auch davor 60er Jahre, die ganzen FGB-Pokale, was trägt diese Historie heute noch zu dem Kultstatus des FCM dabei? Na gut, Kultstatus ist natürlich ein großes Wort. Ich glaube, das wird auch eher so von außen angetragen, so an den Klub. Ich glaube, jetzt wir als Klubfans würden den Verein wahrscheinlich nicht unbedingt als Kultverein bezeichnen. Nichtsdestotrotz sind diese Erfolge aber wichtig. Also es gibt immer noch Lieder, die den Europapokalsieg irgendwie näher ins Auge fassen. Und das wird ja auch weitererzählt. Und ich glaube auch Klubfans, die vielleicht in den 90er Jahren geboren wurden, können alle mit diesen großen Erfolgen was anfangen. Und das ist schon, also es prägt natürlich schon noch so ein bisschen das Selbstverständnis. Also es kann nicht jede Mannschaft Europas Beste sein, ist da immer so ein Spruch zum Beispiel. Mit ein bisschen Magdeburger Größenwahn, das spielt schon noch eine ziemlich, ja es spielt für die Identität einfach eine große Rolle. War aber, glaube ich, auch eine Zeit lang auch wie so ein Mühlstein so ein bisschen. Also gerade nach der Wende, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, hat man sich ja als Verein schon eher als Profiklub in der ersten und zweiten Liga gesehen, hat aber eine Realität in der vierten gespielt. Und da ist uns die Geschichte vielleicht auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil da vielleicht nicht genügend Demut vorhanden war, die Situation anzunehmen, so wie sie ist. Aber heute ist das, glaube ich, für die Identität der Leute. Ich komme ja von der Historie zur nahen Vergangenheit und zur Gegenwart. Jetzt gab es vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 war das, die Ausgliederung der Profimannschaft aus dem e.V. in eine GmbH und ich hatte nur in Erinnerung, es wurde von den Fans nicht gerade positiv aufgenommen. Hat man da von Seiten des FCM vielleicht ein bisschen an Kommunikation fehlen lassen, weil eigentlich steuerrechtlich ist das eigentlich die günstigste oder beste Maßnahme, die man machen kann, andere Vereine haben es ja vorgemacht. Naja, also ich habe das eigentlich, wenn ich es jetzt mit anderen Vereinen vergleiche, so empfunden, dass es nicht so, also, na soll ich nicht sagen, also natürlich wird das von Teilen der Fans nach wie vor sehr, sehr kritisch gesehen, es gibt auch Leute, die dann sich vom Verein abgewendet haben, alles keine Frage ist eben sozusagen dieser Prozess. Ich hatte aber damals den Eindruck, dass das schon, wenn man das so sagen kann, relativ fair ablief, also dass beide Seiten eben auch in den inhaltlichen Austausch getreten sind, also es gab seitens unserer aktiven Fanszene von BlogU ja eine eigene Initiative zu sagen, wir wollen sozusagen den EV erhalten. Das war, fand ich, gut kommuniziert, gut begründet. Der Verein hat das genauso gemacht, hat auch bei einem ersten Versuch kommunikativ relativ viele Fehler gemacht, hat daraus gelernt und hat dann beim zweiten Versuch schon sehr stark versucht nach meinem Dafürhalten, genau wie eben die aktive Fanszene die Leute auch mitzunehmen. Und was ich sehr angenehm fand, muss ich ganz ehrlich sagen, von beiden Seiten war, dass es halt immer hieß, okay, entscheidet, also liebe Mitglieder, entscheidet so, wie ihr das für richtig haltet, wir schreiben euch das jetzt nicht vor oder wie auch immer, sondern hier sind unsere Argumente, hier sind die Argumente der Gegenseite, wägt das ab und trefft einfach eine informierte Entscheidung. Und das fand ich, empfand ich damals eigentlich als eine sehr angenehme Vorgehensweise. Ja gut, ich habe es etwas anders gesehen, aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nun nicht so mit dem FCM zu tun habe, sondern nur die Zeitungsartikel oder was in den Social Medias gebracht wurde, ich lesen habe. Fakt ist, der e.V. ist der einzige Gesellschafter und damit ist ja die Frage erklärt. Steuerrechtlich ist es einfach mal die günstigste Variante, beste Variante, ansonsten hat der e.V. natürlich arg Schwierigkeiten mit seiner Gemeinnützigkeit. Wobei es natürlich auch Gegenbeispiele gibt, auch in der Bundesliga, wo halt Bundesliga-Vereine noch als e.V. spielen. Also das war damals ein klaren Argument, den Punkt kann man glaube ich auch machen. Also es gab für beide Seiten gute Pro- und Kontrapunkte. Und klar, also den Punkt gibt es natürlich auch. Nun kam gerade in den letzten Tagen wieder die Meinung auf, die MDCC-Arena umzubenennen in Heinz-Krügel-Stadion. Genau. Sinnvoll? Möglich? Ja, sinnvoll auf jeden Fall. Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sich das wünschen würde, dass das Stadion nach dem erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte benannt wird, der ja auch eine Statue vom Stadion hat, den Heinz-Krügel-Platz gibt es. Das wäre schon schön und wichtig. So realistisch ist es nicht. Letzte Medienberichte, die ich so auf dem Schirm hatte, ist, dass die Namensrechte jetzt glaube ich wieder weiter vergeben sind an die MDCC und dass da wohl auch der Stadionbetreiber so einer Fan-Initiative, die da Geld sammelt, auch eher schlechte Chancen einräumen. Das ist ein bisschen schade. Es gibt ja in anderen Standorten auch die Variante, dass eine Firma die Namensrechte kauft und das Stadion dann aber eben den traditionellen Stadionnamen gibt. So sehe ich jetzt bei uns in Magdeburg und dem Zoo auch eher nicht, was ein bisschen schade ist. Ist aber eigentlich sozusagen für uns als Klubfans, für uns ist das das Seins-Krügel-Stadion fertig aus. Inzwischen für mich fast auch, weil ich relativ oft im Stadion bin, nicht nur zum Fußball. Nun gab es den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Erfolgreich gefeiert worden. Bei der Ankunft der Mannschaft war ich mit im Stadion. Ich bin selber beim Spiel natürlich nicht. Kam es nicht ein bisschen früh? Naja, ist jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschweigen. Hinterher ist man irgendwie immer schlauer und so. Nö, würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn du sozusagen so eine Saison spielst, wie wir die gespielt hatten, um dann aufzusteigen, steigst du einfach auch verdient auf und dann, ich meine, du sagst ja nicht, wir gehen da jetzt nicht hoch. Haben wir ja bei anderen Vereinen auch. Ja, und ob das jetzt zu früh war oder nicht, klar, da kann man jetzt drüber streiten. Fakt ist, naja, das ist ja auch bekannt, dass wir es dann halt irgendwie relativ deutlich am Ende auch nicht gepackt haben so und uns glaube ich auch diese Zweitliga-Saison noch nachhängt, so irgendwie immer noch. Ich habe viel liegen gelassen an Punkten, wo man hätte sagen, da die drei Punkte wären eigentlich, aber... Also ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen, wenn die Spieler alle nach der 80. Minute abgefügt worden wären, wären wir locker drin geblieben. Also wir hatten immer das große Glück, in den letzten Minuten immer noch doofe Tore zu kassieren. Heute, diese Saison sieht es genau andersrum aus. Ja, diese Saison ist aus anderen Gründen problematisch. Kommen wir gleich mal zu dieser Saison. Platz 14? Genau. Nur vier Punkte vor dem neunten Platz, hinter dem neunten Platz, Entschuldigung, und ich glaube zehn Punkte nach unten. Na, ich glaube andersrum. Ich glaube, wir sind vier Punkte vorm Abstiegsplatz und relativ weit, also wir haben nach oben relativ viel Platz. Also ich glaube, der HFC hat nur vier Punkte mehr und steht auf dem neunten. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, nach dem letzten Spieltag in Meppen. Und nach unten sind es glaube ich so neun, acht, neun oder zehn Punkte. Also ich möchte mich nicht streiten, aber ich glaube, bis zum neunten Platz sind es bloß vier Punkte. Könnten wir jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall vierter Platz. Kommen wir zur letzten Frage. Vorhin haben wir es ganz kurz angesprochen, Marius Bülter, erste Bundesliga, ausgeliehen. So ein Mann fehlt jetzt? Ja, klar. Also so ein Mann mit der Qualität, also ich meine, Marius Bülter ist nicht umsonst Stammspieler bei Union. Der kann schon ein bisschen Fußball spielen. Gar keine Frage. Und ja, selbstverständlich würde der uns natürlich helfen. Ist ja ganz logisch. Aber ich gönne dem Jungen alles. Also ich gönne ihm das wirklich von Herzen, dass er sich da oben tatsächlich etablieren konnte. Ist ja eine irre Geschichte. Die passiert, glaube ich, einmal alle 20 Jahre vielleicht, dass sein Junge aus der vierten Liga in der zweiten gleich so durchstartet und dann in der ersten auch fußfasst. Ja, also er hat uns eine Saison lang sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, er bereitet den Menschen, die beim FCM jetzt irgendwie auf die Finanzen gucken, jetzt immer noch Freude. Weil da gibt es ja jetzt irgendwie, steht wohl noch eine Abdrüse im Raum und so. Klar würde der helfen. War damals ein super Scouting-Job, ihn zu holen. Aber ja, er ist jetzt Spieler von der Union. Nur aus der Union. Ja, aber es ist jetzt mit Kaufoptionen. Ja, aber Marius Bülter wird für den ersten FC Magdeburg nicht in der dritten Liga spielen. So weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass das wohl nicht passieren wird. Was natürlich schade ist. Ja, die eine oder andere Frage hätten wir sicherlich noch zu beleuchten. Das würde ich sagen, vertragen wir auf ein anderes Mal. Sehr gerne. Vielleicht, wenn das dritte Buch rauskommt. Sehr gerne. Wir bedanken uns bei der Otto-von-Jährige-Buchhandlung hier im Börderpark Magdeburg und natürlich auch bei deinem Verlag die Werkstatt. Bei dir auch vielen Dank für die Zeit, die du hier genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin.